Tatsächlich habe ich schon immer eine gewisse Affinität für das Raufen gehabt und ja, ich war dann irgendwann mal da im Ringer-Training. Früher hat er den Onkel irgendwo in den Teich reingeschmissen und von daher, das Raufen hat ihm schon immer gepasst und so im Ringen kann er das einfach, hat er seine Sportart, glaube ich, gefunden.